Herzlich Willkommen zum Videostream. Wir schauen hier auf die alte Bahndirektion. Das kleine letzte Flügelstück ist ja beschlossen worden abzubauen. Und wir können erkennen, das Dach ist schon komplett entfernt. Mittlerweile ist die IHK von hier auch schon gut zu erkennen. Und auch das City Gate ist schon hier markant im Stadtbild. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.